ist schon ein harter tobak und das wird halt echt stark dargestellt tränke nach maß ich trinke nur in massen ausmassen hier reicht jetzt auch wortwitze wortwitze die nicht lustig sind auf ganz viele pilze das wächst also wenn man ganz weit im wald fuhr zu peter gruselige magierhütte zaubertür menschen skelett ja mal schauen was aus wenn im wird ein klecks gibt es ein klecks wenn im gibt es ja im mcu und klecks wenn abgelegen aus hier können wir wieder chillen mit jemand wenn wir uns eine heiße zeit macht irgendjemand hat ihr in der reihe auf menschliche skelett aufgespießt aber ja wenn im mcu wäre auch interessant ja auch die letzte skier folge frage auch absolut realistisch und logisch fand ich gut war alles richtig an der folge hier ist etwas schreckliches geschehen ja jemand hat die tür nicht zugemacht nachdem er auf dem klo war eine die verherrlichung der königlichen ungarischen heiligen ja echt heizkosten muss man daran denken die tür offen lassen für so das ist doch nicht isoliert die kälte setzt sich doch in die steine heizt das mal wieder hoch direkt insolvent und in ihre verkauft so was ist jetzt hier passiert hallo es war voll klug verblasste tagebuchseite von hier an scho es war falsch von mir mein herz den gedanken an lillis nachhängen zu lassen sie und ihre verdorbene schwester sind schlimmer als ich es mir je hätte erträumen können sie hat sogar einen mann meiner gemeinde aus auf ihre verzweifelt auf ihre verwerfliche seite gezogen diese frauen haben mehr einfluss als der hexenzirkel selbst ohne wurzeln in diesem dorf die größe meiner gemeinde schwindet denn nächtlich richte ich die hände hinauf gut und flehe um führung im sommer ist wunderbar kühl ja aber im winter heizt das mal was ist das für ein geräusch wie man fegt oder so kessel mischkunde 21 april 1694 diese schriftrolle enthält mehr einfluss als ich ursprünglich erkannt habe besitzt sie doch nicht nur macht sondern verderbnis die meine wildesten träume übersteigt zu jedem zeichen in den landen hin lässt sich eine seite verfolgen verbunden mit einer mächtigen person die fragmente des gottes lästerlichen werkes gehütet hat ich bin zur überzeugung gelangt dass die finsteren zerstörerischen ereignisse die dieses gefilde plagen nicht die regelmäßig vom schicksal verursachten erschütterung sind sondern auf die herrschaft des dark gold zurückführt weg bein ogen go 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 Ey, nur am Heulen hier. Ganz schlimmer Tag heute. Das klingt so, als ob irgendjemand irgendwo fegt oder weint oder sowas. Oh. Ja, äh, cool. Hast du noch an? 22... Oh, angenehm. Das sind wirklich angenehme Temperaturen. 22 Grad kann man ja wunderbar leben. Die Göttin muss beschäftigt sein. Atom sieht das anders. Der Hierophant. Oh. Professor X sammelt seine Kräfte. Um das nötige Wissen zu steigern, das mit seinen Schülern geteilt werden soll. In seinen Händen hält er den Schlüssel zur Erkenntnis. Diese Karte verkörpert die Leitung und Weisheit eines Lehrers. Der Mittelmeerraum ist, muss ich sagen, ist der Sommer anders heiß als hier. Wenn da 30 Grad sind, sind das andere 30 Grad, wie wenn hier 30 Grad sind. Das fühlt sich in den meisten Fällen wesentlich angenehmer an. Es schmerzt mich, diese Worte zu Papier zu bringen, ist meine Sache doch gerecht. Ich finde jede Zulassung von Schwäche unbegreiflich, doch ich muss mit äußerster Sorgfalt vorgehen. Das gespenstische Flüstern wird lauter. Es testet mit jedem Umblättern meinen Willen. Diese Seite, ich habe erkannt, dass sie nicht nur für die Verderbnis menschlicher Seelen verantwortlich ist, sondern für die Zerstörung ganzer Zivilisationen in der Geschichte. Heute sind es die Menschen von Salem, die leiden. Ich sage, ich bin überhaupt nicht schwüler. Also schwüler ist es überhaupt nicht. Es ist eher erfrischender. Also es ist eine kühlere Wärme. Hier schwülwarme hast du ja hier einfach durch. Klima läuft 13, 24, 7. Ja, aber die kostet ja auch nicht, die Stromkosten ist ja auch ein bisschen geringer wahrscheinlich, oder? Magie. Sie sieht es nicht. Andere Magie. Hier ist wohl einfach nichts. Magie mit Kick. Babyblau. Die kalten Tiefen des Winters fordern uns allen viel ab. Ich bin dieser dunklen Tage dankbar. Ah, das ist mein Tagebuch. Für Agathas Kontrolle über die Elemente besonders Feuer. Es ist schwer zu glauben, dass uns selbst mit der lauernden Gefahr Lillis Kälte und Hunger derart viel unserer Energie abbringen. Agatha führt mich inzwischen zu ihrem Altar, um zu trainieren. Sie meint, zum Ende des Winters werde auch ich die Elemente beherrschen. Ich sehne diesen Tag herbei. Und wenn nur, um den Schnee hinter uns zu lassen. Stimmt, ihr Heizkosten fällt da halt weg. Ja, ich zahl... 25 KW... Ich zahle, glaube ich, 39 Cent. Schon ein bisschen mehr. Wann das Tagebuch? Was für ein eigenartiger Ort, so viel schreckliche Vergangenheit, so viel Verderbnis. Doch die Energie zieht mich förmlich an. Vielleicht sehnt sie sich danach von Hirans Shors Boshaftigkeit gereinigt zu werden. Schließlich war das einst ein Ort von Frieden und Gemeinschaft bevor allen. Ich habe eine Tagebuchseite aus der Zeit gefunden, geschrieben von Shaw persönlich. Ich hatte schon Angst, sie wäre voller böser Energie, doch am Ende war es nur ein Stück Papier. Wobei ich mich nun wundere, was von meinem Wissen über diesen Ort wirklich wahr ist. Ich vertraue Caretaker und Agatha, aber ich glaube langsam, dass ich weniger weiß, als sie mich glauben lassen. Ja, das könnt ihr mir vorstellen. Ich wurde zum Glück in einem gut isolierten, relativen Neubau, relativ neu gebauten Ding. In Hamburg, wenn du eine Altbauwohnung hast, dann bist du halt echt am Heizen im Winter. Okay, ein Geigenbaum, gemalt von Kindern, schön. Ich zahle jetzt meine Heizkosten in den Nebenkosten mit drin. Das sind jetzt, glaube ich, waren bisher 55 Euro dafür und dann 80 Euro Strom. Das ist schon heftig für eine Person. Finde ich. Martha Richards, angeklagte Hekte, Martha Richards, Verhörprotokoll. Dies bezieht sich auf einen Baum, den die Dorfbewohner Lebensräuber nannten. Sein Geäst hielt so viele der Toten, dass es mit Eisen verstärkt werden musste. Auch Martha Richards Leben hat er gewonnen, äh genommen. Okay. Das ist der Baum, den wir auch da gezeichnet gesehen haben. Atom sei gepriesen. Okay, auch nur ein Key. Genau, ich muss halt auch keine Heizkosten zahlen, so Solo. Die sind in den Nebenkosten mit drin, weil wenn meine Nachbarn heizen, habe ich dasselbe Phänomen, beziehungsweise die Heizrohre, die durch den Fußboden gehen, heizen meine Wohnung. Heißt, ich habe so manche Stechenheit Fußbodenheizung. Da kann man dann nach dem Duschen sich einfach hinstellen, dann kriegt man warme Füße. Das ist top. Er sieht unseren Pfad. Jetzt ist gerade aktuell ein bisschen nervig und schwierig bei mir mit Lüften und Fenster offen haben. Ich kriege unglaublich schnell aktuell trockene Luft. Meine Wohnung besteht nur aus einer Fensterfront. Heizen ist er nicht. Lüften ist er nicht. Und aktuell bei Nacht Fenster offen lassen, ist halt auch kurz vor Erfrierungstod. Die unheimliche Waldwiese, auch super zum Chillen. Ich habe, ja, Paket oder Laminat ist das hier, keine Ahnung. Außer mit der Hans, weil die frieren einfach. Kann man nichts machen, die frieren halt einfach. Margaret Adams. Ich habe da so eine Rune in einem Baum. Also ich kann das schon mit dem Fenster offen lassen, aber da will ich morgens nicht aufstehen, weil ich mache hier einfach in so einem Schneegebiet auf. Super unangenehm. Nee, 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 Pullover sollen ja weg. Das ist ja das Ziel dann, meistens. Himmlische Braukunst. Der Sohn Gaeas ist der Freund. Okay, das ist bestimmt der nächste Zauber. Die Göttin widerspricht. Bewegung soll gegen Katie helfen. Hier ist wohl einfach nichts. Ja. Ja. Ja, also, aber du darfst dann erst während der Bewegung die Heizung wieder ausmachen. Die Herrscherin Storm, okay. Der Storm kanalisiert die Macht der Natur in den Elementen und beschwört mit geringem Aufwand einen fürchterlichen Sturm. Diese Kraft verkörpert Freude, Wohlstand und einen starken natürlichen Einfluss. Friedhof von Old Salem. Ein Friedhof des 17. Jahrhunderts, an dem viele von Old Salems berüchtigten Inquisitaturen begraben liegen. Cool. Doofen Dudes. Atom sieht es wohl nicht so. Die Gebiete sind ganz schön groß. Oshtour führt meiner Hand. Bei den Tarouka hat man bei Cyberpunk, ja, sind supergeile Motive bei. Gewöhnliche Kisten benötigen keinen Arkanen Schlüssel mehr, ja, nice. Habe ich dafür eh nie benutzt. Ich habe, glaube ich, keine gewöhnliche Kiste aufgemacht. Aegithas Quartage. Caretakers Tagebuch. Heute habe ich dem Kind von seiner Mutter erzählt. Ich habe versucht, sanft, aber deutlich zu sein. Aegitha hat ihre Wärme und Behaglichkeit in das Gespräch eingebracht. Und ich glaube, sie ist der Grund, dass das Kind keine Tränen vergossen hat. Mit sechs Jahren war es Zeit. Wir haben die Abtei gegen Lilith und ihre Lillen verteidigt. Doch bald wird sie stärker sein. Wir halten immer heim, was nötig ist. Doch das Kind muss wissen, was sich in den Schatten der Welt verbirgt. Von den neuen Spielen, was im Summer Game Fest angekündigt wurde. Hier Videospiele gedöhnt. Awards habe ich auch nur... Aegithas Haus. Oh, ist das viel. Oh, ist viel zu lesen. Der Fragmente Ruhe Erde. Der Teckers Tagebuch ist es vor einigen Nächten in die Abtei zurückgekehrt. Das Baby fest im Arm. Es war, als hätte die Krankheit sie nie erfasst. Und als ich ihr in die Augen gesehen habe, war die Seele meiner Schwester verschwunden. Unkenntlich. Die Person oder das Ding, das von ihr übrig blieb. Sie hat gefläht auf Händen und Knien. Doch die Magie des Darkholds hatte sie zu fest in seinen Bann. Sie wurde verstoßen. Die Abtei ist versiegelt. Und ich bin auf einmal für ein Kind verantwortlich. Hunter, oh, Hunter. Das war ganz schön viel Text. Oh, oh, schaut mal. Noch mehr Text. Oh, 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 oh. Ein Kessel Experiment. Ich bin auch nicht der Typ, der alles liest. Und ab 15 Stunden gebraucht. Boah, ich weiß gar nicht, wie lange wir schon. Aber sieht man es, wenn man speichert? Nee. Schade. Oder? Ist das die Spielzeit? Nee. Oder? Nacht 21. Schon noch bei Steam. Kaputt. 17 Stunden. Ey, meine Nase nervt so doll. Ich war kurz hier von Bild. Weil das ist vielleicht wichtig. Was ist jetzt mit Google Payment schon wieder? Lass mir doch in Ruhe. Aber Screenshot mit Honeyman. Aber das ist eh dauert, bis wir da wieder vorbeikommen. Herr Teckers Tagebuch, das ist nicht die Lilith, die ich kenne. Das ist nicht meine Schwester. Ich war Zeuge, wie sie diesen entsetzlichen Priester mit einem unbrechbaren Bann in einer feuchten Höhle eingesperrt hat. Wir hätten sein dunkles Herz heilen können. Oder ihnen zumindest einen gnadenvollen Tod schenken können. In dem langsamen Entleiten in einem schmerzvollen Tod und dem Verwesen zu überlassen, solche Grausamkeit. Und nun scheint sie unauffindbar. Ich habe ihr bis zu ihrem Garten nachgespürt. Ich habe ihr bis zu ihrem Garten nachgespürt. Okay. Vielleicht bereut sie doch, was sie getan hat. Aber sie scheint wie vom Erdboden verschwunden. Ja, ich habe auch gelesen von dem Spiel. Spielzeit so 80 Stunden kann man schon gut brauchen. Ich gehe auch davon aus, dass ich eher so die 100 Stunden brauche. Weil ich halt die ganzen Blödsinn machen will, die man so machen kann. Die Welt. Uatu. Ah, ein Watcher. Der Watcher. Verweilt stets beobachtend und lernend unmittelbar außer Reichweite der Welt. Diese Karte verkörpert sowohl Errungenschaft und die Vollkommenheit als auch das Erreichen des Endes. Eines Kapitels. Claire Teckers Tagebuch. Heute ist eine Hexe an der Abtei erschienen. Ich kann nicht sagen, woher sie kam oder was sie will. Aber Ergitta ist eine wahrlich faszinierende und begabte Frau mit großer magischer Kraft. Sie trug einen Korb mit warmem Essen mit sich. Und nicht einmal ich konnte sie wegschicken. Selbst wenn ich gewollt hätte. Sie sagte, sie spüre ein Kind der Magie. Und ihr Herz hätte sie hierher gezogen. Ich glaube ihr, auch wenn ich weiß. Dass ich keinen Grund habe. Das ist irgendwie süß. Kessel. Ladeliste. Mh, 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 mh. Einfach mal anzaubern die Punkte. Das ist wohl nicht ihr Bereich. Nö. Oh. Na schon. Das war unerwartet. Okkulte Transmutationen für Fortgeschrittene. Klingt so, als ob wir auch bald Witcher-Tränke brauchen können. Atom enthüllt alles. Mit der wilde Loot-Reise hier. Irgendwas wollte ich eben noch sagen. Und dann war es wieder weg. Jetzt laufen wir ja schon wieder rum und looten. Ähm. Der fällt mir nicht wieder ein. Also runter und dann rechts. Ich weiß, dass links. Ja, jetzt reicht aber auch mal. Jetzt reicht aber auch mal mit Tagebuchszeiten hier. Tödliche Nachtschatten. Ja, cool. Mitnehmen. Alles mitnehmen. Mal verschenken. Hat er gesagt, pisst dich? Lagen bisschen danach. Sonst würde Atom es mir zeigen. Atom, weise mir den Weg. Schrein des Urgottes Hypros. Segen der Göttin. Legendäre Truhe. Wo ist das nächste Mondsegel? Okay. Wir haben zumindest den nächsten Tempel gefunden. Der ist ganz rum rechts. Hopp, hopp. Atom, weise mir den Weg. Hier auch einfach unendlich viele Schlüssel, ne? Ja, ja, Mann, da ist okay. Schön, dass du Tagebuch schreibst. Er ist auch nicht wahrscheinlich hierfür da. Ne. Atom sieht das anders. Ah, hier können wir die dritte Startrühle dann gleich, äh... episches, ähm, Rezeptebuch. Die Truhen füllen sich wieder auf, ja. Das hat er ja auch schon mitbekommen. Davor hatte ich so wenig Schlüssel, deswegen hab ich die Schlüssel nie ausgegeben und die nur für die, ähm, seltenen Sachen benutzt. Und für die lila Truhe. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das das Grab von Will Walker. Einem berüchtigt grausamen, aber effektiven Vampirjäger. Blade hätte ihn gemocht. Und da wir jetzt... Atom antwortet nicht. ...die so öffnen können, zumindest die gewöhnlichen, würde ich das machen. Und die Schlüssel trotzdem aufsparen. Oh. Warte mal, man kann die... Kann man die gegen Gold tauschen? Hier ist wohl einfach nichts. Ah, ein Thron ist manchmal was drin, okay. Hm. Atom antwortet nicht. Der hat gerade anderes zu tun. Ah, okay. Hier ist auch Grünzeug gewächst. Eine gewöhnliche Truhe? Ja. Kann ich so aufmachen jetzt. Fein. Ah, ich bin schon hier. Genau, ich gehe auch zwischendurch auf Missionen für Geld. Das habe ich auch schon gemacht. Bisher war es zum Glück noch nicht so weit, dass ich für Sparing kein Geld mehr hatte. So blank war ich noch nicht. Das ging immer. Genau, hier war Grünzeug. Ich wollte sie einfach nicht öffnen. Ich dachte mir so... Ich dachte mir so... Sieh. Willige Trubut. Schau mal nie auf. Willigen Loot braucht doch keiner. Ja, da unten war ich gerade. Sonst war alles. Ah, okay. Aber das ist eigentlich ganz gut, dass ich da durchgehe. Dann kann ich das mit den Symbolen ausprobieren. Die Secret-Steine neu spawnen. Wollte mal drauf achten. Ja, bisher hatte ich halt immer echt wenig Schlüssel. Deswegen. Aber gut zu wissen. Ich habe auch, glaube ich, irgendwann von ausgegangen, dass es genug Schlüssel für alle Truhen gibt. Wäre ja sonst schade, wenn man sich da begrenzen müsste. So, wo ist der Pfeilschirm? Regenschirm? Da. Sehr fein. Aber auch wieder... Ich habe jetzt schon 10 Schlüssel. Okay. Ja, okay. So, Steinstehlen fertig. Okay. Okay. Aber ist das dieselbe Symbolreihenfolge, wie in der Abtei zu sehen ist? Gehen wir mal gucken. Genau, deswegen war die Frage. Atom sei geprägt. Dass man die Rune in unterschiedlichen Amtsfolgen klicken kann. Ja, ist eine andere Reihenfolge. Interessant. Ich könnte auch einfach so ein Gedächtnis benutzen, aber nee. Nee. Okay, Geld. Ich hatte Tatsache... Ja, nur halt fehlende Übersetzung bis hier. Genau, das ändert sich natürlich nicht. Oh, ey, er gibt's da, will irgendwas trocken mit uns? Ach, machen wir's mal. Dann kann ich mir die Nase putzen. Ich sehe, du hast einen der Elementarstäbe gefunden. Wenn du weitermachen willst, kannst du gerne nach mehr suchen. Echt jetzt, das war's? Schwach. Genau, nächste Übersetzung wird's erst morgen geben. Äh, wo war denn das? Scheiße, scheiße, ich hab's halt echt, ne, doch hier, ne, Quest-Gegenstände. Achso, das da oben, ja. Da ist nur so ein Nebenmission mit Tony drin. Ich dachte, es gibt hier noch einen Quest-Lock. Aber nee. So, ich fühl mich wieder dumm, weil ich's nicht finde. Ziele, ja. Er ist ja nichts. Jetzt haben wir neue, schöne Sachen bekommen. Bisschen ägyptisch. Ja, ich glaube auch, dass die Nacht vergehen muss, bevor der nächste Abschnitt da kommt. Ey, diese ganzen Fetisch-Masken. Okay, das ist cool. Aber die passt farblich nicht. Ja, klar, kann ich... Ja, wie schade ich's schon... Ähm, pssst. Haben sie auch schon die einen oder anderen. Weil der Klassiker ist halt... Das andere passt halt einfach nicht. Weiß und Hose reicht noch schon völlig. Ähm... Gehen wir nochmal auf der anderen Seite der Abtei kurz gucken. Das weiße. Ich finde auch diese ganzen zugekauften Outfits gar nicht so cool aus. Ähm... Ich hab ein Mabel jetzt. Genau. Die extra Helden. Da freu ich mich auch drauf. Dann gab's eigentlich schon irgendwie eine... grobe Information, wann die kommen sollen. Weil wäre halt wieder voll schade, wenn's dann irgendwie so in acht Monaten ist. Und man das Spiel an sich schon zweimal durchgespielt hat. Atom sieht das anders. Große Paket vom Spiel auch nur gekauft aufgrund des... äh... der zusätzlichen Helden. Er sieht unseren Pfad. Der Gehängte. Bucky wird von Hydra gefangen gehalten. Doch er wartet geduldig auf den richtigen Moment. Sowohl aus seinem weltlichen als auch seinem geistigen Gefängnis auszubrechen. Diese Karte verkörpert Anpassungsfähigkeit und das Loslassen dessen, was nicht kontrolliert werden kann. Frühjahr 23. Ich mach mir auch hoffen, dass man nicht acht Monate warten muss. Zu sechs. Ähm... Der Sohn Gaeas ist erfreut. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel! Können wir mal machen. Atom sieht es wohl nicht so. Hätte ja sein können, dass da... was auftaucht. Oh. Die Götter sind wankelmütig. Sonst würde Atom es mir zeigen. Ist so. Wurde eigentlich nach rechts wieder. Sie sieht es nicht passieren. Sonst würde Atom es mir zeigen. Okay, dann machen wir jetzt hier unten überall, ne? Glaub ich zumindest. Und wischbar bald. Genau, hier hat man Element Rotem gefunden. Ähm... Atom antwortet nicht. Okay. Hmm. Hmm. ... Ja, irgendwie dieses Skin-Ding war ein bisschen komisch. Vor allen Dingen, da ist ja auch im Menü, so wenn man ein Spiel startet, ist erstmal so, hey, kauf dir diesen Skin. Und wenn man ein Spiel startet, ist ja auch im Menü.